Guck mal, mein Oberarm mittlerweile. Lässt dich schon ein bisschen sehen, du. Ist auch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Hör der Chefentwickler selbst gesungen? Not nice to know. Nämlich nur Experten. Nämlich nur Experten. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Golda rüber zu bekommen. Auf geht's. Was haben wir denn? Keine Items mehr. Aber was macht man denn? Was macht man denn mit den ganzen anderen Items? Wissen das? Das war ganz schön tief. Er hatte doch noch eine zweite Katze. Ach nee, die zweite Katze war ja... Alles gut. Die zweite Katze hatten wir ja beim Baum. Aber ich hatte ja noch andere Items, ne? Hatte ich noch Items übrig? Nee, er hat doch noch Items übrig gehabt, oder nicht? Egal. Ja, die holen wir mal jetzt gleich rüber. So. Okay, wir können hier auch zum Tor. Aber wir gehen jetzt erstmal auf den Sitz. Hm. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Ja, wir brauchen einen neuen Sicherungskasten. Ja, da sitzt man mal hier zum Tunnel rein. Oh Gott. Ja, mal einen Hebel. Ja, mal einen Schrotthaufen. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund fühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Minenbike. Nichts. Ich muss aufhören. Überall Qualitätsarbeiter, aber... Okay. Weichenstahlkasten. Okay. Hier fehlt doch... Ach, na klar. Mein Interesse. Ich spare mir meine Zillik. Wer ist das denn? Hm, ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Tom, di, tom, di, tom. Okay. Danke fürs Dehydriert. Dafür muss ich jetzt nämlich nochmal aufstehen. Ich habe mir nämlich nichts zu trinken mitgenommen. Ähm, not very smart, I know, but hey, maybe, baby, we can see it, ne? Ja, dann hole ich mir ganz schnell, ähm, was zu trinken. Ah, gleich da. Leute, dass es so lange gedauert hat, aber... Muss natürlich durch mein sechsstäckiges, äh, Apartment. Äh, und erstmal in aller Ruhe. Ihr wisst schon. Okay. Hier ist ein Spiegel. Okay, warte mal. Uch. Zu hoch, okay. Warte, wir müssen klappen. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte naibe Tölpel. Okay. Wir haben das mal ein Dosenbier, Alfmann. Nee, Spaß, ich trinke ja kein Alkohol. Oh. Ich finde das so schlimm an diesen Dosen, dass ich die nicht mehr so wirklich abbiege. Und jetzt ist irgendwas passiert, was ich gerade verpasst habe. Irgendein Spiegel ist hier unten gerade durchgeflogen, oder? Macht keinen Sinn, die gleich wieder da reinzutun, aber... Also, das ist rumgeflogen, aber... Oh, ich schau mal kurz. Hallo. Hm? Was? Oh. Hallo. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände. Befreit den Geist. Ich denke, die Händschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten. Und wirkt sowohl desinfizierend, als auch schmerzlindernd. Wir dienen dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Ich muss mach es gut und komm. Einen Schluck. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Hab ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu... Dann nehme ich den Schnaps lieber mit. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja. Wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Hm. Wisch sofort den Okidoki. Hm. Der Horizont. Ok. Bis zum Horizont. Bis zum Horizont. Hey du. Ups. Aber ich. Aber ich. Nicht so lange. Ja man sieht hat das Zeug manchmal nicht. Ich habe schon Schwierigkeiten bei... Ah, warte mal. Beim Lösen der Rätsel. Welche? Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch... Wer ist da mit den Schrotthofen durchsuchen? Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Scheint nicht. Ok. Wir können die das da reintun. Und da war vorher das Rote drinnen. Dann machen wir... Zu? Hier kannst du nur rausnehmen. Aber ich würde es gerne zu machen. Oh, hier gibt es noch eine... Ok, hier geht es da weiter. Junge ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Oh, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Licht. Endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wenn ich run away, gibt es nämlich keine Hotspot-Anzeige. Ja, also... Grundsätzlich ist es hier, finde ich ja nicht schlimm so. Ein Stümpel, ein Cylinder, ein... Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Ja, dann kriegst du halt, machst du halt irgendwie so ein bisschen die Taktik und Co. Aber ich finde es halt schon praktisch, dass man zumindest so ein bisschen mal die Spots sehen tut, ne? Oh, genau, ich sitze. Ja, meine Katz, ich habe da jetzt hier vorne... Eine Warmlampe? Also wenn ich schon etwas einbaue, ein Turbo beschleunigt. Hat das überhaupt Sinn da jetzt so eine... Da muss eine Sicherung rein. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier eine Glocke habe. Ach, nach unten? Ach so, wow. Okay. Man soll kein, wenn man vor hat, zu brennen. Okay, das wird nicht gehen. Okay, ich glaube irgendwie, dass man hier... Das war mehr Horizont. Okay. Das ist alles nur gucken. Also wir gehen aber da rein. Ich komme da nicht hoch. Wieso komme ich da nicht hoch? Ich spare mir meine... Gibt es hier einen anderen Weg? Ne, es gibt nur den. Alles gut. Schrotthaufen bringt mir nicht. Minenbike bringt mir nicht. Weichenstellen bringt mir nichts. Knopf und so bringt mir nichts. Hebel bringt mir auch nichts. Das war ja wahrscheinlich da. Überall nicht rankommen. Okay, dann gehen wir wieder hier rüber. Jetzt muss ich den Schnaps abkürzen. Normalerweise bräuchte man da halt irgendein Tuch oder so. Naja, mein... Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fussel als Reinigungsmittel verwenden. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. In die Leber, hast du gehört? Ja. Warum bringt dir das Minibike nichts, weil ich damit nicht fahren kann? Hey, ich könnte explodierende Weihnachtskugeln bauen. Fehlt nur noch der Baum und ein Streichholz. Da kann ich mir das Teil hier auf. Nicht so lange ich noch zwei eigene... Ich kann hier auch noch mal die Signallampe rausnehmen. Genau, doch hier. Hier sonst noch was. Lösend Bier. Leber ist krank, wasch. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wer kennt's nicht? Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu, Doc. Ich bin der Rufus. Ich bin der Rufus. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Natürlich, natürlich. Na, mir erst. Niemals. Also ich weiß, wie's geht. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Hallo. Kannst du nehmen, wenn du Durst hast. Das ist ganz frisch gerade. Fast. Man sieht, dass du Titten hast auf jeden Fall. Wow. Das bringt die Klicks, Biene. Das sind die Klicks. Jetzt machst du mal das in seinen Short rein und dann verweist man aufs YouTube-Video und dann wollen die alle gucken. Ich muss nur noch, ich muss einfach immer zensieren. Das sind die Klicks. Ersatzteile und Neurochirurgie? Entschuldigung? Das war man wie der Linkenbruch. Na, das heißt halt auf deinen Papa. Ja. Steuererklärungen sind nicht einfach, aber du bist Profi. Doch. Ey Möhrchen, mit dem Spruch hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wegen den Bubis. Aber ich hab doch kein Problem. Ach, dann bist du noch nicht lang bei nacken. Was? Ja, wenn er damit nicht gerechnet hat, dann kennt er dich noch nicht so lange. Ja, das stimmt. Mein Bein reicht mir. Lass dich nicht so hängen, Kumpel. Kopf hoch. Ich habe das Gefühl. Der Kasten ist zu. Als könnte mich eine popelige, naive Tölpel. Irre. Ja, das stimmt, ne? Wenn ich Müllsucher werden wollte, ohne triftigen Grundbühlen, da fehlt ein, ein Stimm. Naja, auf jeden Fall. Nicht so lang ich noch. Nicht so. Ich halt mein Bl. Egal. Eine Warnlamm. Also wenn ich schon etwas ein-tob. Ein echter Profi erkennt das nämlich schon. Nein. W- So gern ich mag Scherbenbrill, aber ich boh. Scherbenbrill, aber ich boh. Scherbenbrill, aber ich boh. Scherbenbrill, aber ich boh. Ja, wir können mal speichern. Ich wollte speichern. Ich wollte speichern auf jeden Fall. Man kann nie genug Kaffee haben. Auch nie genug Koffein. Ich kann jederzeit aufhören. Das sind die Muckis, weißt du? Ja, ich glaube auch ein manchmal. Okay. Hier tröpfelt was. Hier komme ich nicht hoch. Wieso komme ich da nicht hoch? Können wir nochmal das Meanbike angucken, was passiert? Ich will mal den Dock trotzdem mal hier rum. Hallo. Hallo. Also rein hypothet, Bastler kennen keine Probleme. Nur Herausforderungen. Klingt gesund, ja. Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben. Danke, Rino. Keine Frage. Da haben wir. Hallo. 10 auf jeden Fall. Guck mal, mein Fett verschwindet. Das blubbert sich einfach raus, ne? Meine Freundin ist zu schwer. Das ist eine Auswahlmöglichkeit. Darf ich wieder hin? Ja. Ja, kommst du zu genau dem richtigen? Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnen. Heißt, dass du kannst es reparieren? Und auch perfekt. Allerdings nicht hier. Alles klar. Bringen sie doch einfach morgen zu mir. Ganz witzig. Das ist schwer schwimmend in Schwarzmache. Ich will nicht, dass du hier stehen musst. Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochen mal an einem perfekten Schwenke haben. Es wird gerade fast auf die Presse geflogen. Ihr floggt ja, genau. Hör mal. So ist die Henke mit. Ich weiß nicht. Zwei Jahre? Aber nee, natürlich. Hat sie zum Griff. Ja, klar. Achtung, Füße. Ach so. Ja, ja. Der Rundschaft. Ja, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema. Nicht wahr? Verkehrsunfall. Ja, das stimmt. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einruhen. Also wirklich, da gibt es... Hat praktisch sagt, ein Verkehrsunfall ist besser zu angucken als nagen. Ja. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Was hat er gefunden? Hey, super. Das ist offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Eingang? Hey, kriege ich ihn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mach ich doch im Schlaf. Ne auch. Das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen... Immer wenn Biene langweilig ist oder unruhig, die kann sie bei mir im Stream rum. Ich weiß nicht, ne? Könnt ihr einen eigenen Stream anschalten? Selbst DIY for the win. Ich muss dann mal wieder machen. Ich bin mir mal da noch eine Katze. Ohne Schussbrille. Wisch sofort. Das wäre nämlich fett, ne? Dann wollen wir mal. Upsi. Immer das gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Wo ist das jetzt hingefallen? Ich habe es nicht gesehen. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Was? Dankeschön für den Follower-Test. Willkommen. Okay, warte mal. Das ist viereckig, ne? Okay. Das ist aber alles rund. Das ist alles rund. Biene. Nee, ich werde von meiner Freundin gemobbt. Ich wusste genau, wie das kommt. Ich wusste genau, wie das kommt. Bitte, du weißt, wieso ich das stresst. Sitz hier hin oder auf die andere Seite. Aber die sind hinter mir und anstarren, Mann. Was ist? Was ist? Was willst? Hör auf. Was willst? Nix. Dann gehe ich auf die Nässe. Hör auf die Nässe. Oh. 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 Ionischer Korpus. Maul, Farben auf Flansch, Flansch, Muffe, 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 Speichel, Speichel. Aber woran erkennt man denn jetzt, welches der richtige ist und wieso? Vergleich mal die Form der Geräte und die Anzahl der Speichen. Was? Vergleich mal die Form der Geräte. Dreieckig, rund und die Anzahl der Speicher? Und so, das ist bis jetzt der einzige, der irgendwie Sinn gemacht hat, weil... Weil das so, du hast was... Ja, der schnappt einfach irgendwo hin, auch gut. Das kann... Warte, 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 warte. Guck mal, der will hier gehen. Aber warum? Okay. Das ist so. Das hätte hier so Schrauben. Das hat hier auch so Schrauben. Könnt ihr Sinn machen? Macht's vielleicht auch. Genau. Ich weiß ja auch, wie aus du mal rausmischest. Aber du musst ja jedes irgendwie auf irgendwas raufkriegen, oder nicht? Ich baue mal alle zusammen und versuche einfach die Kombination. Ja. Logisch. Logisch. Es muss ja... Aber es muss doch irgendeinen Sinn geben. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Der hier zum Beispiel hat so ein Schraubgewinde. Aber keins von denen hat in irgendeiner Form eine Logik dahinter. Aber warum verstehe ich nicht. Das ist zum Beispiel 3, das hat eine 4 und das hat 1. 1. 2. 3. 1. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 5. 7. 7. 8. 7. 9. 9. 10. 10. Da bist du ja noch 3.000 Jahrzehnte daran, bis du das da in irgendeiner Form gemacht hast. Aber ich verstehe halt nicht so genau. Danke, Biene. Ich will deine Pups-Pits. Leber hat mit Rhyne um 2 Minuten geworfen. Hä, aber er verschwindet ja nicht. Egal, was ich hier drauf tun oder mache. Bist du ein Fisch an Landen? Kann er das hier machen? Guck mal, der passt sowieso nur da, das weiß ich schon. Ist egal, was ich mache, es stimmt nicht. What the fuck? Aber warum? Nicht schlecht, du bist in Drift. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Was heißt, ich verstehe nicht, was das ist. Was ist denn daran gleich? In welcher Form passen die denn zusammen und warum? Da fehlt ein, ein Stümpel, einem Zylin, ein, ein Stümpel. Naja, auf. Und es hält. Beispielsweise ein Vierspeich, ein Viereck, okay. Ja, aber was mit den anderen? Das Viereck habe ich jetzt noch verstanden, aber egal. Egal, eine Interessante Theorie, ich brauche nur eins verdämmt, drei. Oh, wie ein Kätzchen mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Egal. Und ab geht's. Ich habe es nicht verstanden, aber. Oh, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Hm? Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber? Ich bin im Kreis gefahren. Ich wusste, dass das passiert. Geil. Abgeschlossen. Klappen. Damit können wir... Ich habe jetzt noch einen Knopf. Warte, 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 warte. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Bowl kann ich hier eh nicht weg. Jep. Alle Nudelrezepte zu lesen, ist kein Problem für mich. Yippie! Schon wieder der Hebel. Ah, 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 ah! Hm? Hm? Jepie! Heei! Ah, schon wieder der Hebel. Wah, ah, 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 ah! es ist tatsächlich ein geheimgang wohin der wohlführende ist das geheimgang okay ganz groß wohl doch mal google die holen wir nachher ich habe noch kein ding jetzt ist rot ich habe noch kein ich habe noch kein keine sicherung oder im lappen stromumkehrer stromumkehrer sicherung habe ich noch nicht da steht halb so wild ohne go alle signale stehen auf stop als könnte mich das aufhalten alle signale stehen auf los warum bin ich überhaupt immer noch mal den hebel man erkennt ich muss es nicht put sauber jetzt habe ich einen lappen mit alkohol mal kurz gucken vielleicht können wir jetzt fahren aber er sagt uns gleich rot oder so was soll denn das bringen jetzt das hier scheint eine rand von hier aus kann ich die weichen für unsere fahrt durch die minen stellen hier kannst du halt irgendwie nicht hier hin und den hebel noch mal weg dann gehen wir mal da dann nehmen wir die rote scheibe gläser kacke wieder raus weil das hat irgendwie gar nichts gebracht dann gekappelt ziehe ich gleich an wir können dann die weiße nehmen aber ich verstehe jetzt nicht also muss er jetzt hier irgendwie irgendwas an machen oder nicht ich habe einen schwerkraft umwandler gekriegt gerade als erfolg das hier will ich offenbar nicht umkehren nicht noch mal ich habe später noch ich habe später noch umkehren ich habe das war schon was ich wenn ich einen strom umkehrer umkehren fließt dann der strom gerade eine interessante theorie so das hier scheint von hier aus das heißt kann ja auch nichts machen alle signale stehen warum bin ich überhaupt noch immer geil es ist immer so so wenn man das spiel schon kennt und ko oder oder halt keine ahnung glück hatte oder was weiß ich ist natürlich immer immer relativ einfach zu sagen aber wenn du halt gar keine ahnung hast du halt gar keine ahnung hast du halt schwierig ne nicht so schwer toll bringt mir halt nix wird der kasten hat der kasten hat könnte mich einer ewig hallo mhm oh ich immerher meine sohn na darf ich wirklich ja lass die finger von solchen du hast das schon toll danke ist sonst nichts was sehr selbst DIY vor mhm du scheinst dich gut mit frauen auszukennen ha und ob wieso fragst du ach vergesse ein na dann ich mache es meint das kürzt also den hebel ich muss ja irgendwie dahin kommen zum hebel also muss ich wahrscheinlich irgendwie licht dahin kriegen oder das heißt wir machen den mal rein ok jetzt habe ich auf den desktop geklickt auch nice mach mal den mal da rein äh gehen kurz da nach oben machen den hebel an so dann gehen wir hier und dann gehen wir da und dann versuchen wir da rein zu gehen und hoffen auf das beste die dunkelheit muss die schallwellen verzerren anders kann ich mit höhlt dass der scheinwerfer nicht um die ecke leuchtet achso mein fucking gott spot auf unseren freund den leisarbeiter danke kappel spot unseren freund ich kann ja den nicht weil ich hier die wartungskacke nicht aufkriege bro eure tipps sind manchmal so shitty hol doch mal den schlüssel ich würde den ja holen wenn ich da hinkomme ich will so wie es geht ich beende mal das spiel nach was mach mal gut aber boah der hängt auch tiefer wieso halte der jetzt tiefer oh mein fucking gott ich habe es nicht gesehen dass er tiefer hängt nein und wieder bin ich was so mein leid love you guys sorry mach einfach was mit dir sagen hahaha i'm sorry es wäre sehr smart von euch love you good to you ah ja ich meine auch nicht so hoppala tschuldigung ich hätte ja auch was sagen können ne also ne also wirklich ich hätte dir was sagen können ich habe es nicht gesehen dass er dass er tiefer ist ne es wäre echt nicht aufgefallen dass er in irgendeiner form tiefer hängen würde oder so habe ich wirklich nicht drauf geachtet ich habe es nicht gesehen also legit nicht aber das funktioniert aber wo ist das mein Ein Bike. Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Ah, scheiß. Pfff, pfff. Das Bike ist nicht schwer, aber gold. Ich bin ein Bike. Jippie, hehehe. Ach, schon wieder der Hicke, Ha, 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 ha. Ich bin ein Bike. Die Ecke gucken wäre doch mit dem Spiegel, oder nicht? Schade. Mastest. Schade. Hm, eine Inter... Scherben, aber ich... Scherben, aber ich... Nicht fallen lassen, okay? Mal gucken, wenn ich den... Verhält sich das Signal... Exzellent. Bin selber draufgekommen. Danke, Typer. Ha, ich kann im Dunkeln... Out. Ich bin ganz alleine draufgekommen. Niemand aus dem Chat hat mir in irgendeiner Form hierbei geholfen. Eine leere Flasche, die wollen wir bestimmt noch für irgendwas wie Schnaps oder so abfüllen vielleicht. Und jetzt müssen wir den ziehen, damit der rüberrutscht wahrscheinlich. nicht. Perfekt. Perfekt. First try, ja. Ja, easy. Also... Okay. Dann gehen wir zum Kran. Die Virenkran. Das wird ein Kinderspiel. Witzigerweise, ne? Na, rückwärts. Kran. Kran. Rückwärts. Snog. Also... Passt sch... Mist. Verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Die hält doch das nur an. Am besten frage ich ihn mal. Was? Witziger oder was? Das Werkzeug und dieses... Ne. Moment. Ja, ich glaube auch, dass das noch sehr lustig werden können, du. Jetzt machen, du kannst ja gern. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flache... Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Und was wird? Ich kann mir keine Änderung. Also lass das bitte. Ein solider Stromumkehrer. Gute Arbeit, Rufus. Kinderspiel. Hallo. Hm? Oh. Nochmal. Ich bin gar... Ach. Na. Ich habe noch mehr Interessant hinterher damit. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen. Danke, Jerry. Du solltest etwas dagegen unternehmen. Und das ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Tu dir das einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Ich mach's dir vor. Lass ihn einfach auf dich wirken. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und... Ähm. Das kann nicht fast. Weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Na nun. Eben. Ja. Und jetzt... Was da ist geschafft? Wie ist er denn da hingekommen? Also entweder hast du ihn eingesteckt oder wir haben... Äh. Ich gehe... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ist das schon Teil 3? Kommt sie doch gut durch? Ne, das ist Teil 2 oder so. Äh. Aber leg etwa... Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger. Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten fangen. Ich weiß, ob ich Kapitel 2, Entschuldigung. Ich bin ja schon ganz vertraut. Sürfe, Kürfe und Schürfe Kurs. V, V, A, 4, Sek. Einfluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Fall ist verstanden. Ich habe doch die Quelle seiner Ruhigen. Ich habe doch die Quelle seiner Ruhigen. Ja. Wirklich? Scheiße. Waren die relevant? Stimmt. Es ist ein Click Adventure, wo wir irgendwie diese jungen Damen irgendwie davon gefallen müssen. Also gut. Horizont fixieren. Konzentration. Und... Tetanus ist das Bequem. So kann sich doch keiner... Es ist auf jeden Fall sehr humorvoll. Es ist jetzt nicht... Was mache ich falsch? Du musst deinen Kopf hinter den... Äh... Ding machen. Jetzt verstehe ich nicht so ganz. Horizont getragen? Ist schon Horizont dieser Zeit. Hä? Ja, und wie schaffe ich das? So. Ich wusste es immer, man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungen hat. Der Pust! Der Pust, den wir vorher geklaut haben. So, und jetzt gucken wir hier rein. Bein in den Kopf. Check. Horizont. Check. Und los. Ich. Bin. Ein. 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 Äh. 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 Oh ne! Molo. Ich. Bin. Yeah. Ye. Hä? Warum? Ich bin doch ein. Hm. Vielleicht. Ich bin doch nicht. Oh. Fuuuck. Fuuuck. Bein. Oh. Chemo-loop ist es nicht. B. 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 Der Alkohol ist so viel drinnen, wie ich werde. Ich habe ihn ja noch im Endeffekt. Jetzt hat es geklappt. Witzig wäre gewesen, wenn ich das Auto nicht mehr da gehabt hätte. Hupus! Go Rupus! Laufen! Also schrei mich nicht an, wie du gesehen hast. Hat es geklappt. Booster. Learn to play, please. Lernt vom Testen. Liebe Drogen. Ich auch. Nein, natürlich nicht. Ich sage nein zu Drogen. Machen wir mal kurz Ehrenrunde. Juhu! Dann gehen wir hoch. Hup! Du bringst ganz schön was auf die Waage. Okay. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Okay, da. Das ist der. Wo starten wir überhaupt? Das ist die Waage. Wo starten wir überhaupt? Du musst von links oben nach rechts unten. Bin ich sauer. Ja, ich weiß ja nicht, ob es von da war oder von da. Okay. Die muss von da, da. Okay. Dementsprechend roter Hebel erstmal umschalten. Damit wir hier dann nach unten, dann nach unten. Das ist gelb oder grün. Oh Gott. Nein, ich losfahrt! Kann ich nicht aufstehen? Ich kann gar nicht aufstehen. Okay. Ja. Also warte mal ganz kurz. Bei mir fährt der Plan woanders. Jetzt müsst ihr hier rechts. Ja? Dann da. Wieso geht er hier nicht rechts? Wieso gehst du hier nicht rechts? Wieso gehst du hier nicht rechts? Also links. Der wäre doch links. Warte mal kurz was gucken. Wir sind aber jetzt rückwärts fährt oder nicht? Jetzt will ich nichts... Jetzt steigen sie unten. Okay, das stimmt. Dann fährt er hier und fährt er hier im Kreis. Ach so, scha... Ach Gott, das habe ich erst jetzt gesehen. Oh, mein fucking Gott. Oh, ich habe das jetzt verstanden. Ah, okay. Das grüner Hebel und das wäre roter Hebel. Aha. Okay, aber rot geht nur so. Entweder so oder so. Okay, sobald er... Ah, okay, ah, okay. Kann ich resetten irgendwie? Was ist denn da hinten? Resetten kann man wahrscheinlich nicht, oder? Okay. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Also, wir schalten hier erstmal alles auf. Was ist denn der Unterschied zwischen gelb und grün bei den Schaltern? Also, wir fahren jetzt die erste nach unten, dann fahren wir nach rechts. Da geht es hier im Kreis, hier im Kreis. Da geht es hier wieder nach unten, geht es hier rüber zu P2. Von P2 aus machen wir mal grün. Ja, der fährt halt meistens schon nicht so ganz da lang, wo ich das Gefühl habe, dass der langfahren müsste. The fuck off, Alter. Die Farbe? Wie, die Farbe? Ja, ich habe schon verstanden, dass das die zwei Farben hier sind, aber... Wie, warum ist der jetzt nicht so gefallen, wie ich mir das vorgestellt habe? Achso, weil er hier natürlich, ne? Die Farbe ist anders. Ah, danke für den Unterschied, Bro. Das gelb eine andere Farbe ist als grün, war mir vorher auch klar, aber... Ja, das geht leider nicht. Das wird nicht gehen, wir müssen aber kurz... Der fährt halt nie so, wie ich das nach mir, ne? Bist du gerade farbenblind aus, Orange? Ja. In meiner Meinung nach fährt er nie so, wie ich das Gefühl habe, dass er fahren sollte, aber egal. Also, wir machen das jetzt am einfachsten. Grün muss wahrscheinlich so sein. Damit grün so ist, weil sonst kann man hier nicht nach rechts fahren. Okay, rot ist irrelevant, soweit bis jetzt. Das heißt, wir kommen hier. Grün muss auch hier nach unten sein, auch gut. Geld muss hier nach unten sein, auch gut. Rot-Grün ist auch gut, das heißt P1. Okay. Machen wir auf grün, damit er hier durchfahren kann. Damit wir hier hinkommen, müssen wir aber rot umstellen. Und weil wir aber rot umstellen, haben wir das Problem, dass er hier zwar den Loop macht, wenn er jetzt zurückkommt. Ja, wir können mal losfahren, ne? Danke dir für dein Glück. Wenn man da bei den Loop fängt, geht da hin. Warum genau hat sich die Schiene geändert? Warum ändert sich die Schiene? Es war gar nicht mal so schlecht. Aber warum hat sich die Schiene geändert? So, jetzt sollte alles stimmen. Was sagst du nun, Schätzchen? Ich weiß doch nicht, warum, aber... Oh, Rufus, du bist wirklich der Größte. Wie war, wie war... Hast du das, die P1 und P2 erkannt? Dann pass mal auf. Ich weiß auch nicht, welche. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Ach so, wenn du drüber fährst. Aber warum war denn gelb? Was war gelb? Grün war... Das ist ändert. Und gelb? Vielleicht? Nur einmal? Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht nicht, stimmt's? Ruhe, tag mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Ähm, die Jungs. Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodenrock unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte. Mein Kniescheibenultraschön registriert seltsame Laute von... Ist immer egal. Ist immer egal, wie man es löst. Wenn man es gelöst hat, ist easy. Hauptsache gelöst. Alles andere ist immer egal. Okay? Es interessiert niemanden, warum ihr eine Eins in Aufgabe XY geschrieben habt. Oder wie ihr das gemacht habt. Wenn ihr da eine Eins drin habt und nicht beim Schmicken erwischt wurdet, ist das okay. Wenn ihr erwischt wurdet, dann empfiehlt es sich, die Beweismaterialien zu essen. Das arme Mädchen, ja, ein bisschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auf dem Hut so halb mal hergeschriege, oder so. Oder wie ich muss ich den mal waschen. Ich bin immer so eine rote Stelle, wo der war. Oder die viel lustigere, schnelle Variante. Da brauche ich es mit Spicka trotzdem eine 3 zu schreiben. Nicht unbedingt. Wir hören uns das kurz an, dann sage ich was dazu. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten. Was ist das? Hallo?